Ayo, was kommt von der Alkarmstadt für mich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Prototype 1. Das letzte Mal wurden eher miesen Arsch gefickt von so einem Hurensohn und ja, wir haben leider kurzzeitig unsere Kräfte verloren. Allerdings können wir jetzt hier erstmal in die nächste Hauptmission gehen und ich glaube, wir sollten bald unsere Kräfte wiederfinden bzw. wiederkriegen. Wir hatten uns ja irgendwas gespritzt. Mann, du siehst wie verdammt, aber das könnte mir helfen. MacMullin? No, but they're watching someone for him. Okay, it's this doctor named Bradley Ragland. Where is he? Whoa, whoa, whoa. He's a good guy. Okay, you find him. He helps us get to MacMullin. He's uptown at St. Paul's Hospital. He runs the morgue there. Wait, wait, hold up. There's more. All right, so I did some research on Hope, Idaho. It was an army town. On July 21st, 1969, it vanishes from the map. The official word was that it was an anti-government gun-nut standoff. Some militia killed a bunch of people and the feds killed the militia. Now, there was only one survivor. Notice a girl? Second from the left? Elizabeth Green. Who looks an awful lot like a college student these days. Not bad for 55 years old. Hope Idaho was an experiment. How could you possibly know that? The people I've killed. They're in me. I can hear them. See the things they've done. What the fuck are you talking about? I can understand it all. I'm supposed to do these things. But it's right. I can feel it. Find Ragland. And ask him about MacMullin. Oh, my back. It feels like it's feeding on me. Shit. Scheissendreck. Wir sind auf jeden Fall... Mies gefickt, Alter. So. Wir müssen auf jeden Fall bald mal gucken, Digga, wie wir das... In irgendeinem Besuch können wir das auf jeden Fall dann... Ähm... Sowieso denn... Ne? Oh, shit. Military Basis. Again upgrade. Bei Infinity Base and the personal. Bruderherz. Hermitier, der Hundeson. Von den ersten Cousinen. Sehr schön, Junge. Komm her, du Peach-Helter. Deine fette Mutter. Sehr schön. Okay, haben wir wieder ein bisschen Epis. Schuh weg. So, jetzt mal fliegen. Fliegen, Yamigen. Oh, dieses Doppelte ist so geil, Alter. Richtig nice. Okay, wir müssten gleich da sein. See. Sehr schön. Was's up? Was ist das? Bei Move. Welcher Move? Warte, welcher Move führt mir? Äh... Bei the... Knuckle... Chuck Wave. Okay. Knuckle Sheff is a tool to create distance between yourself and the other enemies. Ah, okay. Verstehe. Schillig. Also... Nice. Okay, geile Scheiße. Kann man gut use. Dr. Raglan? Dr. Raglan? I've already said I won't deal with you people. My medical opinion's not for sale. I'm impressed. What is it you want exactly? Your help stopping the virus. Why? You could say I'm symptomatic. So pick a side. I'll tell you what I know. But first, we need to find where the military has patient zero. Okay, the bodies from the first outbreak of the key. Blackwatch Spectres took them. Find the Spectres, find the bodies. Maybe I can find some answers. Okay, there they go. Oh, come on. There's a dinks. Chew back. ich komme kokosnuss mit kurken ja geld so schön was ist denn mit denen los ok ich brauche auf jeden fall einen oh mein gott scheisse wo der runde mach schnell vorsichtig schicken nein auf welcher hurensohn Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Uuuuch! F*** dich, das Elime! Oh boy, ich bin fast im Arsch! Komm, gib ein Mensch! Gib! Ich brauch Heilung unbedingt! Alter, Lutsch, mein Schwanz, Digga! Tschüss, Junge! Du bist da! Ah, nehm! Weißt du, was ist denn? Wie ist das? Weg! 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 Was ist das? Kapitän Lim! Auf die E-Trooper. Bleib auf die Hörn und sag ihnen, dass wir die PEN-Stationen haben. Ich nehme die schweren Armour, um zu zerstören eine Hive. Ich nehme die Kontrolle in dieser Bereich und dann mit uns in Gentech. Ja, Herr. Ich muss sie finden. Was ist das so? Wecker, wecker, wecker Zoom Das ist ein Zeug. Beleidig. Das ist ein Problem. Wie hast du den Blick auf einen Arbeiter? Sir? You start killing all his men. Yes. Strike team, strike team. I have fire assignment. Priority. Red Crown, confirming deployment of strike package. Over. Strike package is go. Repeat. Package is go. Support the Chalk 3 at 6, 2, 0. Confirm target coordinates. That looks civilian. Over. Come in. Captain Liv from 10-12. Red Shows has just lost the high point. I'll grab signing additional from... Don't make the coups out now. The attack is complete. Target is not affected. Just take it again. Guard to jail. It's right on my left. Left and left. Check 9. Activity is on fire now. We're sick now, eh? I can't, I can't. Oh, my God! Oh Gott! Oh da zu viel Wallabilla Zu viel Bro, viel zu viel, Alter Viel zu viel Heilige Scheiße Wie viele da sind Holy Shit, Bruder Ja, diese ganzen Zigeuner da oben, ja Ja, Bro Die Steuerung noch ein bisschen, noch ein bisschen genauer Die Steuerung ist halt sehr, 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 sehr ungenau Sehr, 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 sehr ungenau Sehr, sehr, sehr ungenau Oh Gott Oh Gott, diese Drecks fischelt Oh Gott Ich weiß nicht, ich das Was war das? Oh Gott 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 Oh mein Affiliate! Schaffe ich es, ohne gefickt zu werden? Ich glaube nicht. Doch, tatsächlich. Schön. Ja, was ist zu machen, ey? Du bist schneller down, als du willst, Digga. Das ist ein bisschen. Gott, verdammt! Nr. 2 in 4! Gehen Sie! Lass uns! Ich habe Feuer in der Kockmutter! muss ich das dienste stimmen schön so oh bro der ist so fucking ekelhaft was mich halt auch so übertrieben abfügt sind diese raketen das ist so gottlos nervig wirklich es ist so gottlos nimm doch bitte einen soldaten meine fresse wenn das spiel wirklich auch nur einen hauch das tun würde was ich dem spiel befehle wäre das so viel einfacher die steuerung ist so unglaublich ungenau diese fiecher nerven auch so unfassbar heftig ja digga ja super ich spring in einen toträum warum nicht bro diese drecksfiecher alter mein lass mich doch in ruhe junge guck dir das an digga lass mich doch in frieden junge wo ist das problem digga fickt doch nicht mein leben alter ich kann nichts machen weil irgend so ein zigeunervieh digga mir immer in die fresse springen muss digga ja da Ja, war es so nöklisch, vallaha. Vallaha es so nöklisch. Ja, war nöklisch, Junge. Van Damoltis, nöklisch. J fulfil the enemy to attack. We all have a danger to attack. Oh you really can't do this. The enemy's enemy is fighting against the enemy. We're in the enemy, but it is 울ou. This is a super heavy attack. Man, Digga, halt! Ach, Digga, fuck off. Oh, Cousin. Heilige Scheiße. Fahrtag, hoten, firewood! Nice! Brudni. Brudni tu się zają, że ułatwiamy. Było hericksze. Uwatł Karen, do mnie. Ich benutze das genetische Material, die ich habe, um ein Weapon zu versuchen, mich zu entfernen. Nachdem ich herausgefunden habe, dass sie für Blackwatch gearbeitet hat, sie ist weg. Aber ich hatte ein größer Problem. Ein Weaponized Cancer war mir von der Mitte raus. Ich brauchte einen Doktor, okay? Ein spezielles Doktor. Ich brauch... Reiglund. Wie fühlt es sich, dass du mit etwas, was du nicht kontrollierst hast? Wie... mein eigenes Körper wollte ich sterben. Habt ihr noch einmal, wie das Parasect fühlte? Ein intelligenter Cancer zerbrochen von seinen Husten? Ja, das habe ich. Mal. Bevor ich ihn töte. Oh, Cousin. 59% der gesamten Nachdurchschüsse. Bruderherz. Eine Frage. Wann kriegen wir eigentlich die Spezialklinge? Äh... Das ist... Ja, genau. Ich glaub, die müssten wir eh erst mal... ...rei spielen, glaub ich. Uns fehlen noch zwei Dinger. Vor allem diese eine große Klinge, die will ich haben. Das ist ja so die Mega-Klinge. Ja, Mann, da macht jetzt auch keinen Sinn, das zu machen, Digga, weil... Nein, ich will ihn nehmen. Ich muss absolvieren. Ich muss absolvieren. Sonst nix mit Leben. Gib Leben. Schön. Ich mach kurz voll hier. Also... So. Jetzt haben wir wenigstens volle Lebensenergie. Ups. Ab nach oben. Lass mich in Frieden. Lass mich in Frieden. Lass mich, Yaselimi. Okay. Bam, Alter. Let's go. Okay, dann wollen wir gucken. Der Kollege muss uns auf jeden Fall bald unsere Fähigkeiten zurückgeben. Die riesen Hundesunde, die sie uns genommen hat. Ich fixe eine Mutter. Oh Gott. Bräcklen! 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 Was passiert mit mir? Sie wissen, dass Sie die infektion haben. Sie vielleicht benutzen Sie, um ein Antivirus zu produzieren. Wenn wir lernen, was es macht, vielleicht kann ich finden, um deine Biologie zu retten. Wie? Ich schlaue deine Obstärken. Ich schlaue diese Obstärken. Wenn ich mich in diese Körper befine, werde ich ein paar Armor. Scheiße. Was soll ich jetzt machen? Stand das da irgendwo? Äh, locate and hijack the tank. Schubeck. Echo 1, Alpha has lost the target, over. Wo ist sein Tank? Aha. Nerf nicht, Junge. Okay, und jetzt? Ah, ich muss ihn eskortieren, verstehe. Ich bin in Haarlem. Los geht's. Wenn du mir ein paar Minuten mit diesen Hörnchen kannst, denke ich, dass ich das, was du brauchst. Okay. Entschuldigung. Oh, Platz hier. Geh weg. Ich bin es. Ein Panzer. Ach, ich bin es schon. Sag mal so, Blutdruck, sie ist es. Test muss man das Spiel lassen. Das ist so geil. Geile Scheiße. Einfach so über die Menschenmenge, so. Weißt du, ich meine. So richtig geil. Ist ja nur ein Spiel, Jungs. Ist ja nur ein Spiel. Hat ja nichts mit der Realität zu tun. Ah, dass das Spiel indiziert ist, versteht man schon. Ist schon verständlich. Ich glaube, Prototype ist, glaube ich, auch nie in Deutschland rausgekommen. Und ich wohne noch nicht in Deutschland. Das ist aber das jetzt für mich nicht wirklich ein Problem, das Spiel zu bekommen. Ich habe es ja damals einfach aus den Games bekommen, glaube ich. Schön. Aber das Spiel ist schon geil, Digga. Ich feiere das Game schon übel. Oh, super, Alter. Was ist das? Just ignore it. I'll deal with it. This won't take long. Just give me some time. They're coming! Okay, ich muss das sozusagen... Boah, steh ich schon. Ich will den einfach so drei Minuten lang schützen. Okay, da brauche ich auf jeden Fall knacken, Alter. Guck mal, wie viel da liegt. Help me! Wo ist denn? Das ist kein Problem. Was ist das? Die sind hier! Hilfe! Move it, Ragnar! Kein Problem Ach so, ich habe jetzt von Ausmaß gehört Ich probiere schon hier Selimir, aber 1.000 Gegner da gelb Stell' mal die Hundesung Verpisst euch doch ja Selene Ey Bro, es sind viel zu viele Dinger Meine Fresse Oh doch nicht die Waffe man Lacken lass mich doch Warte ja Team Oh Bro, das wird eh geklappt Geht mit ihm geh Oh, da ist viel zu viele, warte mal kurz Oh Junge Digga, ich komm nicht mal an die Waffen drin Digga Alex Help They're here Scheiße Mann, lass mich doch du rühren, Sohn, Alter Nervt mich nicht Geh mal weg Ich nehm auf Nice geschafft, Alter Das ist nicht gut Jetzt kommt's noch am fettesten Tage wie auch Komm schon, Bruder Pack mich doch nicht ab, Jun Okay, weg, Jun Alter Junge Bauern stellen seinen Stiefenkel Zieh, zieh, zieh Kbus DESA Kut Ach du Scheiße, warte mal kurz, doch ich muss verdammt, anders komme ich nicht rein, nein! Mama, bitte, fuck mich jetzt nicht ab, Alter! Push! Push! Meine Fresse, was versteht man daran nicht, Alter, ich hasse das! Digga, wir haben es geschafft, Hauptsache das! Geile Scheiße! Nice, let's go, Alter, let's go! 100.000 nochmal, Alter, sehr schön, sehr schön, sehr schön! 2 Events unlocked! Geile Scheiße! Okay, wir können uns direkt, äh, jetzt zurück in die Mission! Offenlich! Offenlich, hoffentlich! We need a host the parasite can infest. This host will produce antibodies. These antibodies are vital for your restoration, Alex. Take this syringe, locate the correct hunter by genetic type and inject it. If you inject it and consume it, it should cure you. Yeah, I've heard that before. This aircraft has a DNA sensor array. I can reconfigure it to find the hunter I need. We need to confirm sightings of hostile. Step us up to run alert, combat status, cover! It's all schon. Oh! Alter, Cousin! Wie soll ich? Das machen? Mit 1,5? Okay. Alter. Untertitelung im Auftrag des ZDF Alter Was genau muss ich machen? Was genau muss ich machen jetzt? Gosti mit worden, Red Crown. Große und schnell. Gosti mit der Klarence anfängt, Red Crown. Modelle jetzt. Aber cool, wir können Heli fliegen. Das war auch so geil im Spiel. Du kannst einfach Heli fliegen. Ah, jetzt. Okay, Skyjacking Helicopter, you've unlocked the... Ah, jetzt haben wir. Jetzt haben wir die Möglichkeit. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Ja, 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 ja. Warte mal. Die Mock kaputt, ja, gelb. Ah, jetzt sind wir gleich down, sehr schön. Bombe, Junge. Ah, ich muss den... Ich muss den kaputten Wassertank finden. Oh, ich muss den kaputten. Oh, ich muss den kaputten, dasseläme. Der muss sein. Oder? Ja, schön gut. Nee, 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 den hier. Hallo. Perfekt. Ich muss den kaputten. Ich muss den kaputten. Oh, ich muss den kaputten. Bang durch die Hand. Oh, Gott. Whoa, ganz glaub ich. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ja, ich muss ein bisschen länger warten. Ja, ich weiß nicht. Du bist lebendig, großartig. Dann werde ich dich töben. Du bist lebendig, großartig. Dann werde ich dich töben. Dann werde ich dich töben. Ich glaube, es hat einen guten Job gemacht. Obstruktur! Ja, ich muss ein bisschen länger warten. Ich habe ihn noch. Lange rund! Ich werde die Bremse nicht abholen. Ich werde dich abholen. Ich würde dich aufhören. Ich werde dich abholen. Ich werde dich abholen. Komm her du Hund, schön, sehr schön, Wallah wir sind gut dabei, Wallah wir sind gut dabei. Oh cool, wir haben eine Spezialpanzung, ja die gab es auch noch, stimmt, und wir haben die Spezialklinge, oh mein Gott, ich habe das komplett vergessen, dort ist eine Spezialrüstung. Oh yeah baby, 120.000, 18 Upgrades Unlocked, 1 Event Unlocked, mieser Alter. Blade Power, the blade is a powerful and deadly cutting and thrusting weapon, perfect for slicing, da 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 da, geil Alter. Armour Power, all damage take with the combo, ja auch geil Liga. Geile Scheiße. Boah, Junge, jetzt nehmt das Spiel langsam Fahrt, doch, Alter. Guck mal, jetzt haben wir hier. Die Spezialarmour, oder? Nee, das ist die Armour. Uff, Digga, nice Scheiße. Hammergeile, nice Scheiße. Wir haben auch 728.000 AP, Alter. Bombe. Oh mein Gott. Warte, ich würde sagen, Wir machen mal hier ein paar Spezialmissionen, komm. Die nächste Hauptmission, die gucken wir uns in der nächsten Folge an. Was muss ich machen? Kill Armour. 40.000 AP. Use the Armour Vehicle to... Da da da. Okay. So viele Enemies as possible umbringen. 125.000 AP. Dieは, what do we have? Exactly. Nrig? We still got another. Take it down. So, we'll make another We have another monster. Test team 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 Bryan. Geben wir unser Bestes Nein Boah, das ist schwer, Alter Boah, das ist schwer, glaube ich Das ist richtig schwer, Alter, Scheiße Weil du darfst halt nicht kaputt gehen, wenn du Und einen Panzer nicht kaputt zu kriegen Das ist schon echt Ist schon schwierig Ja, guck mal Treff ihn doch, Digger Hallo Treff ihn doch Oh, der schießt doch irgendwo daneben Alles, ey, das regt auf, Digger Ey, das ist so geistig behindert Die Panzerkuchen fliegen irgendwo hin Aber nicht da, wo sie müssen Was ist das für ein Bullshit, Digger Ja, Junge, ist doch okay, Cousin Ey, ich hab keinen Bock auf die Mission Das ist scheiße Mit Panzer ist richtig Zigeuner Nein, will ich nicht Ich mach was anderes Das ist richtig Fugel Mit Panzer Panzer ist scheiße Panzer ist richtig Dreck Absurder Dreck Mach ich nicht Was gibt's noch Was ist das hier Ist das mit Fliegen 8000 EP Äh, 5, was Glide toward the target and land as close as possible Ah, ich muss, okay, verstehe Ja, es ist Schmutz Nochmal Okay, verstehe Das ist genau das Fliegen Das ist, glaube ich, ein bisschen schwer Nice Das ist, glaube ich 2 Meter Bombe, älter Mashallah, Junge Sehr geil Okay Ich würde sagen, wir kaufen noch mal ein bisschen ein Hier, Upgrades Ähm 675.000 Chill mal, deine Das kann ich noch nicht machen Dafür muss ich noch erst irgendwelche Dinger Okay, wir machen auf jeden Fall erstmal Laufen Maximum Das Maximum Äh, dann Alles perfekt Haben wir schon ein bisschen Man sollte ich mehr leben Dann machen wir uns hier die Gesundheit voll Sehr schön Okay Na gut 54 Minuten Ich würde sagen Das reicht Safe Sehr schön Na gut, Jungs Was soll es gewesen sein Ich hoffe, es hat euch gefallen Wenn du so es lässt, gerne Danko Aber da Wir sehen uns dann in der nächsten Folge Wenn es wieder heißt Let's Play Prototype 1 Oh, mich hat gerade irgendwas gestochen Digga Bis denn, ich checkte mich So wie ich es hier Ich bin auch noch rein